Die Sache mit Cole ist vorbei und das ist deine Schuld. Du wusstest, wie wichtig mir der Abend ist. Und das hier ist mir wichtig. Ich tanze gleich gegen einen Typen, den ich überhaupt nicht kenne, um Mädchen, das nichts von mir wissen will. Ja, du brauchst bestimmt Minuten, um das zu verdammen. Hey, ich bin dir die ganze Zeit nachgelaufen. Jetzt bist du dran. Also, wenn du gestattest, ich gehe jetzt tanzen. Ich habe gehört, du machst ein Tanzduell. Bitte, sei vorsichtig. Okay, ich kenne das nur aus Filmen. Wer fängt an? Machen wir eine Mene-Muh, werfen eine Münze oder knubbeln wir es ab dazu? Zurück Max, zurück Max, zurück Max, zurück Max. Ich zeig dir, wie es geht. Klasse. Hey. Der ist echt gut. Wie soll ich das übertrumpfen? Den packst du doch locker. Versuch einfach mal sowas. Das kann ich auf gar keinen Fall tun. Na schön dann. Lass einfach den Spin weg, mach's mehr Freestyle und bring deinen Triple Maximus. Ja, mein Triple Maximus. Warte, woher kennst du meinen geheimen Move? Dr. Colosso postet seit Wochen Videos von dir beim Tanzen. Zwei Millionen Klicks? Ich zeig solche dummen sprechenden Tiere. Ha ha ha. Moment. Jetzt, geh tanzen und mach ihn kalt. So gewinnst wenigstens du heute. Ja. Tell her what it's all about. Bring it. Don't wait another minute. You could lose it or push it to the middle. Ja. 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 So cute. Das ist gut. Tell her what it's all about. We got to shake the roll. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Was jetzt? Muss ich jetzt für dich ein Tanzduell führen? Wow, wenn du schon so fragst. Oh, Sarah! Ich mach dich platt! Danke, dass du mir die Moves vorgeschlagen hast. Ja, so war wenigstens dein Abend kein totales Desaster. Oh, richtig, Cole, mein Mini-Burger-Freund. Es tut mir leid, Fieps. Kann ich irgendwas tun? Ich schätze nicht, Cole hasst mich. Das tut er ganz sicher nicht. Vertrau mir, Cole hat dich gern. Wie kommst du drauf? Ich bin auch ein Kerl. Und ich bin heute den ganzen Abend ganz nah bei euch gewesen. Meistens zumindest. Aber wenn Cole mich noch mag, dann muss er doch denken, dass ich ihn nicht mag. Das darf er doch nicht zwei Wochen lang denken. Ich muss das klären. Wir müssen das klären. ... ... Bis zum nächsten Mal.